Unter Nobilitierung versteht man die Erhebung in den Adelsstand. Sie ist nur in Staaten mit monarchischer Staatsform möglich und kann nur von einem souveränen Monarchen ausgehen, unter dem Nobilitierungsrecht. Versteht man das Recht, das ein Monarch hat, um eine Person in den Adelsstand zu erheben? Differenzierung Man unterscheidet zwischen der Verleihung des persönlichen oder Personaladels und der des Erbardels. Bei letzterer Form ist der Titel erblich d. h. Er gilt auch für die Nachkommen des Nobilitierten, bei der Erstgenannten ist er nur an die Person des Geadelten gebunden und wird nicht auf die Nachkommen übertragen. Beispiele für den persönlichen Adel sind die britischen Titel Sir bzw. Dame. Rechtsform Als Urkunde über die Standeserhöhung erhielt der Nobilitierte im Deutschen Reich bis 1918 ein Adelsdiplom. Einige hohe Orden waren bzw. sind mit der Verleihung des persönlichen Adels verbunden, so beispielsweise der Verdienstorden der Bayerischen Krone, die höchsten Stufen des Order of the British Appear sowie die verschiedenen landesfürstlichen Hausorden in Deutschland bis zum Thronverzicht aller regieren den deutschen Fürsten im Laufe des Novembers 1918. Die Verleihung des Schwarzen Adlerordens war sogar mit der Erhebung in den preußischen Erbardel verknüpft. Praxis in Großbritannien Im Vereinigten Königreich werden zweimal im Jahr sowie bei Abwahl der Regierung die Listen mit den Namen aller Die einen Orden erhalten einschließlich der durch den Monarchen neu nobilitierten, bekannt gegeben. Sonderformen Besondere Formen der Nobilitierung, deren Aussprache ausschließlich Königen und Kaisern vorbehalten war, waren bzw. sind die Erhebung in den Grafen und Fürstenstand sowie als üblicherweise höchstmögliche Stufe, die Ernennung zum Herzog. Beispiele Otto von Bismarck beispielsweise wurde durch König Wilhelm I. 1865 in den Grafen, 1871 in den Fürstenstand erhoben, 1890 verlieh ihm Kaiser Wilhelm II. Anlässlich seiner Entlassung den Titel eines Herzogs zu Launburg. Als andererseits Heinrich XIV. Reus J. L., der zwar souverän, aber bloß Fürst war, den bürgerlich Geborenen und 1879, geadelten Bankier Adolf Wilhelm von Kessler 1881 in den Grafenstand erhob, traf dies auf den Einspruch der deutschen Könige, insbesondere Preußens, die eine von einem Fürsten ausgesprochene Grafenstandserhebung nicht gelten lassen wollten und Kesslers Grafentitel nicht anerkannten. Wilhelm Liebermann von Wallendorfs Vater Adolf Liebermann wurde 1873 vom damaligen österreichischen Kaiser Franz Josef I. Als Ritter Liebermann von Wallendorff in den österreichischen Adelsstand erhoben. Angesichts seiner Verdienste als Kunstsammler wurde ihm das Führen des Adelsprädikats auch in Preußen gestattet. Sonstiges. In einem übertragenen Sinn wird Nobilitierung auch für die Erbarmachung ehemals trivialer, gemeiner Objekte, Tatsachen und Personen verwendet. Beispielsweise die Nobilitierung der Comics. Siehe auch Briefadel Adelsverzicht Verzicht Untertitelung des ZDF für funk, 2017